Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute befassen wir uns mit dem, was man im Prinzip als Training ansieht, nämlich der Fehlerminimierung. Wir wollen im Prinzip nicht unser, also wie bezeichnet man etwas als gut gelernt? Naja, man macht möglichst wenig Fehler in der Praxis. Und Fehler kann man deutlich besser messen, also tatsächlich in der Praxis dann, besser messen als zum Beispiel, wie gut ist man. Denn dieses Gut muss man sich ja irgendwie definieren. Okay, und normalerweise werden wir irgendwelche Funktionen lernen, und ja, warum wir diese Funktionen lernen oder wie oder was, das werden wir dann alles noch machen. Das hier wäre jetzt zum Beispiel eine Beis-Gauss-Glocke, wenn ich, oh Gott, naja, grob, ganz grob, mit viel Liebe kann man das vielleicht als Glocke, Beis-Gauss-Glocke, egal. So sind dann zum Beispiel unsere Daten verteilt. Das heißt, wir haben eine Verteilung von unseren Daten. Die meisten von unseren Datenpunkten, sagen wir mal, das hier ist jetzt die Größe von unserem Datenpunkt und die meisten Datenpunkte sind jetzt hier bei diesen, keine Ahnung, 5 Zentimetern oder wie groß auch immer das sein soll. Wohingegen es auch ein paar gibt, die nur ein paar Millimeter groß sind, das sind aber eher die Ausnahme. Und sehr, sehr, sehr wenige sind auch mal 10 Meter groß. So was in die Richtung. Okay? Das heißt, wir haben ganz wenige kleine Daten, ganz wenige große Daten, aber wir sind normalerweise hier in der Mitte. Und das ist eine sehr häufige Verteilung, werden wir uns auch eigens damit beschäftigen, aber wir befassen uns relativ häufig mit irgendwelchen Kurven, die wir lernen wollen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal als Beispiel gebracht. Okay. Wie dieses, was wir jetzt schon gelernt haben, sagen wir mal, wir haben eine Funktion gelernt, die in etwa so aussieht. Das ist natürlich grottig falsch. Denn am Anfang sagen wir zu oft, okay, das ist das, was ich will. Und obwohl es es eigentlich gar nicht ist. Das heißt, wir sagen, es ist etwas, obwohl es es gar nicht ist. Also ein false positive, ein falsch positives Ergebnis. Das heißt, wir sagen zu etwas, du bist XY, obwohl es gar nicht so ist. Und hier in der Mitte, wo wir einen Haufen Daten haben, die es eigentlich sind, sagen wir häufig, nee, es ist keins, sogenanntes false negative. Das heißt, wir sagen hier, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, dass es kein zum Beispiel Smartphone ist. Okay. Und was wir jetzt natürlich machen wollen, wir wollen diese Kurve, die wir schon gelernt haben, das Teil hier, das flachere, wollen wir an dieses hässliche Gauss-Glocken-ähnliche Teil hier anpassen. Und was man sich jetzt hier definiert, ist eine Fehlerfunktion. Wie viele Fehler mache ich auf meinen Daten? Und den Fehler versucht man dann zu minimieren. Wir haben jetzt hier einen relativ kleinen Fehler. Und der Fehler wird sogar noch immer kleiner, bis er hier mal absolut auf 0 geht. Das ist dann absolut 0 Fehler. Also haben wir im Prinzip sowas hier als Fehler. Wobei wir danach wieder hochgehen. Hier sollte ich natürlich auf 0 sein. Ich versuche das mal zu zeichnen und pausiere euch währenddessen. Okay. Sowas in der Art dürfte jetzt hier unser Fehler sein. Also das ist diese dritte Kurve hier, die hier mit dem Strang hier vorne dran noch. Das hier ist unser Fehler. Wie falsch liegen wir quasi mit unseren Daten? Und diesen Fehler versuchen wir jetzt komplett auf 0 zu kriegen. Also hier runter. Aber ob wir es schaffen, ist natürlich eine andere Frage. Ja und das ist eben dieses Fehler minimieren, von dem immer alle sprechen. Was man da häufig macht zum Bestimmen von dem Fehler ist einfach, man berechnet, was heißt einfach, man berechnet die Funktion hier zwischen den beiden. Also quasi die Fläche, die von den beiden eingeschlossen wird. Wird auch oft als Integral bezeichnet. Ist auch mit Aufleiten verbunden und so weiter. Aber in der Praxis braucht man das gar nicht so aufwendig machen. Ich werde es versuchen, möglichst leicht für euch zu halten. Denn ja, in der Praxis, wie gesagt, brauchen wir am Ende nur den Algorithmus und machen das gar nicht. Wie dieses Fehler Funktion Lernen hier eigentlich funktioniert, das nennt sich dann Gradientenabstieg. Und das werden wir uns jetzt mal im nächsten Video dann angucken. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao.